Moinne und willkommen bei Pineview Drive Homeless. Wir sind hier gerade angekommen an diesem finsteren Ort. Die Taschenlampe ist schon wieder halb leer und wir haben erfahren, dass die Angestellten des Hauses teilweise aus dem Dorf gewesen sind und ja, nachdem die hier angefangen haben, passierten wohl gruselige Dinge, aber ich weiß nicht warum, wieso und weshalb. Ich mache hier erstmal ein bisschen Licht. Wir haben im Moment keine Aufgabe, also werde ich mich nochmal so ein bisschen hier umsehen in diesem Stockwerk. Und ja, wir gucken einfach mal, was wir hier noch so entdecken. Ah ja, hier waren wir schon. Das sollte ich mir mal merken. Hier steht noch so ein Bottich für den geistigen Gesundheitszustand, links oben der Balken. Der sollte eigentlich immer grün sein. Wenn der sich dem Ende nähert, dann werden wir sterben, weil unsere geistige Gesundheit dann nämlich völlig, völlig durch ist sozusagen. So waren wir hier auch schon drin. Gute Frage. Nächste Frage. Ich mache hier überall mal so ein bisschen Licht. Mir geht besser. Eindeutig geht es mir dann besser. Achso, schon wieder die falsche Richtung. Ich habe immer so ein kleines Richtungsproblem. Nur für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Da waren wir auch schon. Ich mache überall mal die Lichtschalter hoch, wo wir schon drin waren. Ach du Scheiße. Und wie ihr seht, der grüne Balken hat sich ein wenig nach links verschoben bzw. ist ein wenig geschrumpft. Soll ich damit denn? Ja, nee, ist klar. Für mich sieht das aus wie ein Steuerrad. Für mich sieht das aus wie... So ein Ventil... Teil zum Auf- und Zudrehen? Keine Ahnung. Was mir das jetzt sagen soll? Wenn das zu einem Ventil gehört... Wo könnte dieses Ventil sein? Ein Keller hat das Haus ja nicht. Oder habe ich den übersehen? Wird mich jetzt auch nicht wundern. Ja, ein Steuerrad oder so ist das nicht. Das scheint aus Metall zu sein. Also suche ich jetzt ein Rohr oder was? Aber wozu? Warum? Warum sollte ich ein Rohr suchen? Ich sehe schon wieder nichts. Ich sehe nichts. Oh, nee. Ey, war ich hier schon drin? Ach du. Oh, und hier haben wir ein Rohr. Und auch in diesem Spiel habe ich die Aufgabenstellung bekommen, nachdem ich offensichtlich schon ein Teil dafür in der Hand habe. Das ist auch bei Resident Evil irgendwie andauernd so. Also ich soll jetzt versuchen, die Wanne zu entleeren. Also hier ist ein Rohr. Und das geht jetzt da lang. Und hier ist der Spülkasten, aber das hat ja wohl nur mit der Toilette zu tun. Wo führt denn jetzt dieses Rohr hin? Oh Gott, ich sehe nichts. Ja, schön unterputzgelegt. Das führt doch in den Keller oder so. Das geht ja nicht anders. Wo soll das sonst hinführen? Wie komme ich denn runter? Aber das Haus hat keinen Keller. Oh, ich sehe nichts. Ich gehe hier gerade blind. Das ist auch nicht gut, ne? Oh Mann. Ach, cool. Okay. Dann bin ich hier. Dann gehe ich jetzt mal runter. Also, wir gucken mal. Hier ist weder eine Tür noch ein Rohr. Das ist eine Säule. Da ist ein Rohr. Da ist aber kein Anschluss. Das ist total dicht. Scheiße. Ich gehe mal auf die andere. Oh. Oh, lass mich bloß in Ruhe. Ich habe es gewusst. So, hier kommt das Rohr wieder raus. Oh. Ja. Als Hebel. Ja, super Nummer. Also, ich gehe jetzt mal systematisch vor. Scheiße, bin ich hier falsch? Muss ich runter? Oder sitzt er schon wieder in irgendeinem anderen Zimmer? Muss ich wieder hier hin? Nee, da kam ich gerade her. So, ich gehe jetzt systematisch vor. Kabel. Ja, nix. Ja, hier war ich auch schon tausendmal drin. Das sieht gut aus. Aber Hebel? Das muss ich bloß noch wieder rausfinden. Aber einen Hebel stelle ich mir jetzt irgendwie anders vor ehrlich gesagt. Ist mir scheißegal, ich versuch's. Ja, ich versuch's. 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 Oh. Ach. Ich bin schon da? Das ist ja cool. Okay. Okay. Ich dachte, ich irre jetzt hier erstmal tausend Jahre durchs Haus. Aber wo muss ich jetzt hin? Oh Gott. Oh Gott. Guckt euch den Balken links oben an. Ich weiß ja nicht. Aber wenn ich mich jetzt noch einmal erschreck, bin ich glaube ich hier hin. Huch. Oh Gott. Naja. Oh, ich hab's so'n Schiss, ey. War ich hier schon? Ich glaub nicht, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaub nicht, dass ich hier schon war. Ah. 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 Ja. Besser. Oh. Ach. Guck mal. Ich bin hier auf der Galerie. Sehr cool. Oh. Und wiederum, die Leute hörten die Kinder, aber die Kinder noch nie auf der Pferde gefunden wurden. Schreiende Kinder. Jo, okay. Wir machen einfach mal weiter. Mal gucken, wohin uns das Ganze jetzt hier führt. Das kennen wir alles hier noch nicht. Und ich möchte bitte nicht erschreckt werden. Ich möchte als erstes jetzt mal hier wieder so einen Gesundheits-Dingsbums finden. Bin ich denn bloß schon wieder? Ich habe keine Ahnung. Ach, guck mal, das kennen wir doch aber, ne? Ja, klar. Ich habe eine Tür da oben nicht ausprobiert, ob ich da wieder hin finde. Ach, das ist mein Zimmer. Oh, ich schnall das jetzt erst, ey. Wo? Wo kam ich denn jetzt her? Das ist so geil. Wo kam ich denn jetzt her? Wo kam ich denn? Wo kam ich denn? Ja, ne? Da. Welche Tür war das, die ich nicht ausprobiert habe? Kann mir das mal einer sagen? Ich weiß das alles schon wieder nicht. Ich bin überwundet worden. Alter Schwede. Ich gehe hier doch mal im Kreis, ne? Ich gehe doch hier die ganze Zeit im Kreis. Tja. So we're here. So we're here. Hier ist mein Bett. Tja, das ist wieder meine Etage. Kann ich jetzt irgendwelche anderen Sachen hier aufnehmen? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Oh, hör auf, es zu sagen. Mann. Ich schau. Das war's. Oh Gott, ich kann mich nicht im Spielen sehen. Ist das gut? Ich kann mich nicht im Spielen sehen. Was wollen die von mir? Ich habe keine Ahnung. Mal ganz ehrlich, sieht irgendwer von euch durch dieses Haus durch? Doch nicht wirklich, oder? Ich gehe wieder nach oben. So, habe ich hier irgendwas? Da war ich offensichtlich auch. Was war das denn? Was war das? Ach du Scheiße. Wie, bin ich jetzt hier eingeschlossen, oder was? Sehe ich schon wieder nicht. Jetzt echt? Ach du Scheiße. Oh Gott. Polizei, Notruf. Oh nein, oh nein, bitte nicht. Nicht einschließen. Ey, lass mich raus hier. Oh Gott, hektisches Rütteln an der Tür. Was, was geht denn jetzt hier ab? Und was knistert hier immer so? Ich kann ja auch nichts machen hier. Ist jetzt nicht wahr, oder? Also meine Taschenlampe hatte auch schon mal bessere Zeiten, irgendwie flackert die nur noch. Irgendwas knistert hier, ich werd' wahnsinnig. Mädels, Jungs, ich krieg' hier gleich, ich krieg' Plack, echt? Ey, das ist doch der Hammer, oder? Kann ich da nur raus, wenn die Lichtschalter in einer bestimmten Position sind? Irgendwie so'n Scheiß? Sag mal, jetzt mach' mir nicht wahnsinnig, ich will hier raus! Ey! Echt! Oh Mann, ey! Ja, aber das ist doch wieder nur die Galerie. Was machen die denn mit mir für'n Scheiß hier? Irgendwas ist hier doch nicht richtig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich hab' keine Ahnung. Die Schreie der Kinder, ja. Ich mein', ich hab' da irgendwo so'n Quietscherentchen in so'ner Abstellkammer gefunden. Hat das vielleicht irgendwas damit zu tun? Und wo war diese Abstellkammer? Ich hab' keine Ahnung, was das ist. Ach so, das ist mein Zuhause. Okay, also hier war ne Abstellkammer, das weiß ich. Aber hier war nicht das Quietscherentchen. Ja, nützt nichts, ich muss noch mal da unten durch. Hab' ich so das Gefühl. Hier. Ich probier' noch mal die Zimmer. Die machen mich wahnsinnig hier echt. Ja. Gut, ähm, das war das. Oh, ne, ne. Ey, der Balken ist nicht gut drauf da links oben. Das ist das Zimmer mit der Vase. Das wird ja wohl nichts mit meiner Spieluhr zu tun haben, oder? Eher mit dem Quietscherentchen. Oder mit der Puppe? Nee. Nee. Auch nicht. Nee. Nee, ich bin nicht auch falsch. Tja, im Zweifel. Im Zweifel muss ich mal abbrechen. Und in der nächsten Folge weiter gucken. Ich versuch' nur noch mal dieses Quietscherentchen zu finden. So. Hier durch. Hier ist der Clown. Jedenfalls mal gewesen, bevor er sich auf Wanderschaft begab. Und, ja, wenn ich mich jetzt auskennen würde. Nee. Ich renne schon wieder nur im Kreis rum. Keine Ahnung. So, hier muss ich doch durch. Ganz eindeutig. Also hier bin ich richtig. Irgendwie. Und dann... Ach, du siehst auch hier nichts. Ja, ja. So. Ne, da gehe ich jetzt nicht wieder durch. Ja, den meinte ich. Im Nebenzimmer ist das Quietscheentchen. Das gucken wir uns gleich mal an. Abgesehen davon weiß ich gar nicht, wenn ich das greifen kann, was soll ich damit machen? Vielleicht möchte die Puppe das Quietscheentchen haben? So, das hier? Ne. Ich fand die Idee gut. Ich fand die Idee super. Aber dabei hat sich der Entwickler irgendwas anderes gedacht. Was auch immer. Ja, Fisch ist auch nicht so im... Also jetzt weiß ich ja gar nicht mehr, was ich machen soll. Mal ehrlich. Was renne ich denn doch hier nochmal rein? Aber wozu? Ich muss bestimmt wieder ganz nach oben. Und wie komme ich da hin? Ich gehe nochmal ganz kurz... War das hier? Ja. Ja. Hier rein. Und guck mal. Hier stehen so viele Sachen rum. Aber offensichtlich nichts, was ich jetzt brauche. Und dann gucke ich nochmal meine Spieluhr an. Tut sich auch nix. Mann. Das ist doch nicht gut. Gut. Okay. Dann versuche ich jetzt irgendwie wieder nach oben zu kommen. Naja, ich glaube hier, ne? Hier und dann... Da. So. Ah ja. Und hier ist das Bad. Okay. Okay. Ich muss als allererstes mal nach oben zu diesem Gesundheits-Dings-Punkt. Weil der Balken schon so weit runter ist, ne? Gott, das finde ich doch nie wieder hier. Nee. Ist hier jetzt irgendwas? Nee. Okay. Ich sehe schon wieder nicht durch. Aus welcher Richtung kam ich? So. Kannst du doch knicken. Ich weiß nicht. Was haben die sich denn dabei gedacht? So. Ja. Besser, aber immer noch schlecht. Die geistige Gesundheit. Ich würde ja jetzt abspeichern, aber ich kann nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Wenn ich jetzt aufhöre, dann müssen wir irgendwie nochmal von vorne anfangen zu suchen. Was vielleicht gar nicht schlecht ist. Aber was habe ich denn übersehen? Kain... 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 Mö. Sah... Sah... Mö. So. Kain... Wöö? Häh! Nö. Tja, ich weiß es nicht. Also ich gehe jetzt doch nochmal, wenn ich es wieder finde, finde ich natürlich nicht. Ich wollte jetzt doch nochmal diesen Weg da gehen, diese Galerie wollte ich nochmal lang gehen, aber ich habe schon wieder keine Ahnung, wo die jetzt ist. Oh Gott, jetzt habe ich mich erschrocken, weil es hell ist. Ich habe keine Ahnung, was ich hier jetzt suchen soll. Hier ist doch auch nichts. Also das war jetzt hier der neue Bereich. Ich habe hier irgendwas übersehen. Ich bin hier durchgekommen, ich war hier gefangen. Hier geht es nicht weiter. Hier geht es über die Galerie. Hier gibt es nur die eine Tür und rumstehen sehe ich auch nichts. Ist nichts. Ja, und hier bin ich wieder bei meinem Bettchen. Leute, ich habe gerade keine Ahnung, was ich tun soll. Ja, an dieser Stelle bin ich jetzt einfach mal knallhart und breche das Spiel ab. Wahrscheinlich starten wir dann bei der letzten Speichersequenz, die wir ganz am Anfang von diesem Let's Play gehabt haben, aber lässt sich nicht ändern. Ich habe hier nichts gefunden. Also vielen Dank fürs Zugucken und ich hoffe, wir sind in der nächsten Folge erfolgreicher. Bis dann. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Tschüss. 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 Entsp Trevor.